Wir alle gehen mit der wichtigsten Ressource, die wir auf diesem Planeten haben, nach wie vor viel zu wenig sorgsam um, dem Wasser. Ich möchte euch gerne die erste ökologische Gesundheits- und Wellnessbrause der Welt vorstellen, die Aromasense. Durch ein einzigartiges, weltweit patentiertes Verfahren erzeugen wir auf natürliche Art und Weise 1,5 mal mehr Druck, bei in Wahrheit 30 bis 50 Prozent weniger Wasserverbrauch. Bei jedem Duschvorgang wird natürliches Vitamin C an die Haut abgegeben. Vitamin C fördert die Kollagenbildung, das heißt, unsere Haut wird feuchter und damit jünger und gesünder. Die Aromasense lässt sich in einfachen Teilschritten komplett auseinandernehmen und jedes Teil ist spülmaschinenfest. Das heißt, sehr leicht zu reinigen. Voila!